Wir sind am Hof des mongolischen Herrschers gestartet, sind über Sumatra und den Seeweg bis nach Südindien genommen, haben ja einen kurzen Zwischenstopp gemacht und sind dann weitergefahren über den Seeweg in den Persischen Golf, bis in den Irak. Reise in Kipfla. Persien, wo wir die eben angesprochene mongolische Prinzessin da lieben. Also, wie Sie wissen, dienten wir ja am... Master. Nach Südindien, wo wir einen kleinen Zwischenstopp einlegten, fuhren wir weiter über den Indischen Ozean, in den Persischen Golf und kamen dann in Persien an und führte benachte ich jetzt auch rein. Maffeo, verfolgen Sie dieselben Ziele wie Ihr Bruder? Ja, hauptsächlich, aber ich habe auch einen drauf gewartet, die ich hier nicht nenne. Alles geht. Ne, wir haben... Hallo. Jetzt, reines Mikro. Okay. Kannst du kurz unten raus? Du musst nur den Topf finden. Nein. Es läuft schon gerade noch. Ich geh mal rausschalten. Guten Abend, liebe Zuschauer. Reise, kommen wir zum... Ja. Meine... Guten Tag, meine Damen und Herren. Was ist das blöd? Guten Sam. Polo. Matteo Polo. Und der junge Marke Polo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was sollst du denken? Ja. Was sollst du denken? Gut, Mats. Ich werde dich genommen, Du bist auf einmal, du bist in der Hand. du kannst es nicht sagen, Du kannst du deinen Besten und Ihr resten. So, wir haben jetzt... Du kannst du keine Ahnung... Vielen Dank.